Hallo, mein Name ist Harry Helmer und ich werde am 15. und 16. hier bei der DüMo live Musik machen beim Lagerverkauf. Ich hoffe und würde mich sehr freuen, dass ich Sie da begrüßen kann und vielleicht ein bisschen unterhalten und Sie können gerne Wünsche äußern und ich hoffe, dass ich Ihren Musikgeschmack dann treffe. Vielleicht bis zum 15. und 16. Dankeschön, Ihr Harry Helmer. Untertitelung. BR 2018